Hallo und herzlich willkommen zu einem Neu... oder ja zu einem Neu... Let's Play Minecraft together! Hallöchen! Vorsicht am Start! Au! Dumm Sau! Hihi! So... Was ging bei dir? Ne, ich hatte gedacht du schlägst mich jetzt aber... boah, das war nicht der Fall! Gut... Jetzt hier mein erster Part, den ich hiermit aufnehme... Ich habe ja erst gestern mit YouTube und Let's Play und so einen Quatsch angefangen... Ja... So, was könnte man jetzt so machen? Ich würde sagen, ich baue halt erstmal hier den Daumen ab, damit wir wieder ein bisschen Holz haben... Ja... Wir brauchen sehr viel Holz... Ich habe aber gerade... Ich wundere, warum da so viele Dorfbewohner rumgelungen haben... und Otten sind auch teilweise noch... Ja... Wir haben so ein bisschen langweilig gehabt... Ähm... Was heißt wir? Eher gesagt du... Warum ich? Ich habe keine Dorf... Das ist alles... Fördergangsschuld... Ich habe keine Dorfbewohner gezüchtet... Wo geht es lang? Ich verlaufe mich ja gerade in unserem Haus... Ja, weil du schon wieder nichts kannst... Halt die Schnauze... Ocelot... Ocelot... Wir wollen hier vor uns im Haus keine... Äh... Bäume mehr pflanzen... Warum? Ne... 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 Wollte ich auch nicht... Ehrlich gesagt... Ne... Also auch nicht... Nicht... Erstmal nicht mehr... Bis wir dann das gebaut haben, was wir bauen wollen... Ja... Was willst du denn bauen? Ne... Ne Brücke... Aha... Oder so einen Weg besser gesagt... Ja... Ok... Das muss ich erst mal dahinter... Äh... Und nicht wundert warum wir hier mitten... Im... Multiplayer-Zeugs anfangen... Denn wir hatten irgendwie... Verstarrt schwierig... Halt nur bei den... Parts... Ja... Das stimmt aber... Die ersten zwei Parts... Da habe ich meine Stimme nicht mit aufgenommen... Ja... Dann... Irgendwann hat Frips... Ausgesetzt... Mh... Aufnahmen... Mal abgeboren... Das ist komisch... Ja... Keine Ahnung... Und wir haben aber schon mal mit Monstern gespielt... Jetzt spüren wir nicht mit Monstern... Da habe ich mir schon mal hier... Das Bogen und einen Pfeil... Zusammengekriegt... Na gut... Es waren mehrere Pfeile... Aber damit habe ich Pfirsichkampf... Beschossen... Ja... Weil der einfach ein... Übelst viel lange Weile hat... Ne... Jetzt weiß ich ja was ich bauen kann... Ja... Ich baue hier gerade die... Die Bäume ab und so... So... Wie gesagt... Ich spiele das hier ohne Maus... Mh... Weil... Guckt auf jeden Fall auch... Wow... Guckt auf jeden Fall auch mal bei Pfirsichkampf vorbei... Ja... Auf Pfirsichkampf TV... Da läuft nebenbei noch... Aktive... Wow... Alter... Ich back hier rum... Alter... Jetzt ist jemand online... Wenn ihr das seht... Ich weiß nicht ob ihr das seht... Auf meinem Kanal Pfirsichkampf TV... Läuft gerade nebenbei noch... Let's Play Nailed... Mh... Da kommen wir mal ein paar Parts... Ja... Und... Ja... Aktive Zuschauer... Wir haben gesehen... Ich habe gestern mit Pfirsichkampf TV... Ein Video gemacht... Also... Ein Faktenvideo... Sinnlose Gesetze... Alter... Wer sich das mal angucken will... Ist auf jeden Fall mal anderes... Mal zu sehen... Was es für sinnlose Gesetze gibt... Alter... Dorfbewohner... Verpiss dich... Für das nächste Video... Also... Vlog... Fakten... Irgendwie... Soweit... Haben wir nicht was geplant... Aber das verraten wir noch nicht... Das bleibt eine Überraschung... Ja... Dort... Wir wissen nicht... Wann das kommt... Äh... Das kommt auf jeden Fall... Irgendwann... Auf jeden Fall... Es dauert nicht länger... Als ein Monat... Wie das kommt... Wenn das kommt... Hoffen wir es mal... Und ich würde euch raten... Wenn ihr dasselbe Probleme habt... Wie ich... Und die USB-Anschlüsse im Arsch sind... Kauft euch einen neuen PC... Weil... Das ist... Am Anfang... Wenn man das noch nicht gewöhnt ist... Ohne Maus zu spielen... Ist das einfach nur ein Krampf... Aber... Mittlerweile habe ich mich... Ist jetzt gewöhnt... Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt... Und ich habe aber auch gerade... Kein Geld... An mir einen neuen PC zu kaufen... Ich bin gerade etwas bleiter... Habe ich auch schon... In dem... Dritten Pop von Nailed gesagt... Der heute noch kommen wird... Was ist denn der Tipps hier... So mal... Wie viel Holz habe ich... Ich bin mir nicht sicher... Ob das reicht... Ich nehme einfach mal noch ein bisschen was mit... Ich habe... Ich baue hier eine Beine Holz ab... Das kannst du dir dann abholen... Ja ne... Ich... Ich brauche Eichenholz... Ach so... Du brauchst Eichenholz... Ja... Ich baue gerade Fichtenhölz... Na ja... Dann wird das nichts mit abholen... Hm... Vorhin hat mich irgendjemand... über einen Facebook Messenger... Übelst zugespampt... Ich habe den gar nicht gekannt... Da haben wir irgendwelche Links geschickt... Was weiß ich... Erstmal voll auf IGNO gestellt... Schön blockiert und so... Das kann mich nicht mehr zuspammen... Die Ratter... War wahrscheinlich irgend so ein Hobby-Nazi... Hm... Alter... Das geht doch gar nicht... Was ist denn das... Ciao... Eigentlich... So bitte... Also... Best... Gute Peen... Wir haben auch Schneebio... So... Wann... Wann haben wir eigentlich jetzt mit dem Paar angefangen? Ähm... Ja... Gute Frage... Also... Vorhin... Wo ich auf die Uhr geguckt hatte... Da war es 22... Wo wir angefangen hatten... Wie spät ist es jetzt? Jetzt ist es 29... Okay... Dann würde ich sagen... Hören wir auf... Äh... Also... Äh... Das war es für diesen Part... Gut... Jo... Alles klar... Ähm... Dann würde ich sagen... Tschüss... So... Und hoffentlich bis zum nächsten Mal... Broken Games TV... Oder... Fersich kann DNA... Fersich kann DNA... Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut.